auch mal so erst dann zweite dürfte gleich widerlich die die teilen ja auch ein da ist oben das ding was ich auch vom weiten gesehen habe irgendwas kreisdörter schatten schatten der folgen auch die beim schluck was er trinken so nach kommen immer von sich so hat aus aber mit der wässer gefällt anstatt der gelbe er hatte er der links jetzt mit geschossen jetzt auch platt gewesen normal schnellen angriff auch schade gut immerhin platt aber hier kann man gut level fahren und sowas das hat irgendwas zu bedeuten dieses tor noch irgendwie sehr schatten wehnen hat oder ich weiß nicht was ist denn unten los das ist auf jeden fall irgendwie ein feuerviech in der mitte mhm pappé ne fettes monster so muße kampfe sein und und okay nicht betroffen aber gehen dafür gut down billig sieben monster na komm her hat die gruppe noch nicht bemerkt wir ist jetzt gleich mehr und das hat viel aus macht guten schaden Jawoll, ein Goldne wollte ich sagen, das muss sein, ja natürlich, der kommt gleich ins zweite Team würde ich sagen, oder? Warte mal, austauschen mit ihm, ja, das zweite Team rutscht jetzt statt der, der MK2 rein, ja, die haben jetzt alle über 600 Leben allein, guck mal, nein, nein, die Angriffe, über 200, fast 250 jeder, so ist geil, das ist eine Schatzkiste in der Mitte, aus Gebiet, mit Schadensstimme, aber, da habe ich etwas Gutes bekommen, ähm, steht mit dem Gegner beim Treffen hin und wieder, okay, transfer, ja, dann hole ich mir mal den hier raus, transfer nach unten, hat sich gelohnt, ah, 37, gut gestiegen, jetzt können wir nach außen rum, vielleicht kommen wir um auf den Berg da, ne, cool, da haben wir noch Münzen zu verkaufen, um Geld zu bekommen, naja, das kriegen wir hin, ich würde jetzt nicht wundern, was jetzt als nächstes passiert, was jetzt als nächstes kommt, und ich versuche jetzt den Tag, in die Nacht noch reinzukriegen, eventuell sag mir dieses Tor, warum nicht? Wasser, da kommen wir mal auf Angriffe, und die macht mit dem Stab doch ganz hin und wieder guten Schaden, muss man lassen, Münzen gibt es immer unter 100, aber, damit komme ich klar, na, Moko, gib mir mal deine Milch, komm, oh, jetzt lass mich da vorbei, na, guck mal ein in der Insel, und da es also langsam Nacht wird, und ich hoffe, dass da irgendwas kommt, jetzt habe ich nie gesagt, oh, hm, dann will ich das direkt ausprobieren hier, das sind jetzt richtige Muskelmonster, jawoll, bam, dafür kann er nicht so viel einstecken, ich sag mal, der kriegt viel Schaden, oh, Verzweiflungsschlag, okay, muss ich auch, Talos muss einstecken, 30 ist immer noch so ne gute Summe, aber, ey, 183, ist ne Haus-Summer, 149, wow, hat immer einen guten Schaden, weil der hat sich konzentriert, deshalb, wow, Verzweiflungsschläge sind schon enorm, ja, oh, dein Deck gesessen hätte, will ich's gar nicht wissen, ähm, was machen wir, schicken wir das zweite Team rein, ja, komm, wir schicken das zweite rein, spare ich mir ein bisschen, ja, super, gut gelaufen, stark harzenei, oh, Mist, was ist das, ne Schatztruhe, ne Schatztruhe, ne Schatztruhe, ne Nimm ich doch, natürlich, mächtige Arm-Schiene, oh, okay, ja, das haben wir, mächtige Arm-Schiene, da haben wir schon Zweifel, müssen wir dann haben, ne, Ach, der macht mehr da drin Ja dann Natürlich, wenn der mehr bringt Warum nicht? Ich möchte Gold am Schiener Eisenhelmen Was hat der Abwehr? Der hat mir Abwehr, was habe ich hier? Angriff Transfer Klar Machen wir das so Die Weisheit höher Gut Abwehr Der Nachhinein wieder herstellen Ah, okay Ah, jetzt würde ich interessieren Kommt jetzt was oder kommt jetzt nichts? Da mit dem Tor, das verwirrt mich Rechtet man, dass wir da rein müssen Nur wie, ist eine Frage Deswegen warte ich jetzt bis Nachtsweg Also das Umschalte, das kommt ja immer Das kann ja nicht so rumspacken, sag ich mal Hier müsste doch was im Himmel sein Dass dieser Schatten auftaucht Komm Wäre dunkel Vielleicht kriegen wir noch Monster hier Kriegen wir uns nochmal im Kreis Haben wir noch ein paar Schmatzer Die kriegen wir doch noch online Zack, zack, zack Schmor Ah, hier gleich Schnaich Schläft ein Nicht betroffen Ah Schlik, schlik Musst du gleich mal einen kurzen Aufnahmestopp machen Ich weiß nicht, ob die Folge Sag mal, heil geblieben ist Das wäre um die Folge Verdammt schade Ich hätte, glaube ich, nach einer Stunde schon cutten sollen Ich muss gerne mal schauen Schlafen allein Und sie kriegt dann auch nochmal eine, okay Ah, du Fotze Hab nix gesagt Tschüss Komm bitte, tschüss Ich mache kurz einen Aufnahmestopp Und dann sehen wir uns gleich sofort wieder